hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play the forest ja unser essen ist leider weg und es wird wird es hell oder wird es dunkel es wird keine ahnung sehr gut das fängt echt gut an so ich möchte zum schiff wir wollen schwimmen habe ich jetzt bock drauf deswegen gehen wir zum schiff und ne mist wir brauchen essen gottverdammt haben wir was zu essen wir haben nichts zu essen doch wir haben was längeres schnecks die ziehen uns rein lauf 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 je nachdem ob es dunkel wird oder hell kriegen wir gleich richtige probleme wenn die netten eingebote wiederkommen das wäre schon mal besser gesehen lauf 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 ich frage mich nur das schiff ist weil letzte folge habs gefunden hier sind bestimmt keine haie hier sind bestimmt keine haie schwimmen 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 bitte ne möwe ne möwe cool ach was man kann jetzt tauchen das ist neu das ist neu das kann ich noch nicht das kann ich noch nicht so was haben wir hier schönes leucht flares flares haben wir ein seil toten kopf wo ist mein radio da das perfekt dalek haben jetzt radio bekommen ja so i nee l nee gar nicht moment kommt schon kombine haben wir eine kassette ja und können wir das jetzt benutzen kompens jawoll perfekt ja da kann die strand party gleich losgehen am abend was geh an wieder ich will musik ich will musik haben was das war doch ganz voll gut komm schon ach man lass mich jetzt nicht hängen nein ich will kein feuer ich will wieder musik haben mit rechtsklick ging das jawoll so macht das gleich 20 mal mehr spaß schaut euch mal diesen wunderschönen sternenhimmel an und wir sind gerade am erfrieren so eine scheiße auf zum feuer jetzt wäre es schön wenn wir eine hütte hätten ohja so hier ein bisschen feuer machen ein bisschen i so da geht es uns doch gleich viel besser ja wärm dich mal auf so ist das gut so was bauen wir denn noch hier in der wunderschönen nacht was können wir gut gebrauchen ein treehouse wäre eigentlich ganz nice können aber auch noch so ein für steine damit wir ein paar steine mal hier ich glaube wir haben auch nicht acht stöcker das ist ja perfekt ach er ist wieder da er ist ja perfekt wie nennen wir ihn denn wir brauchen einen namen für den herrn wie wärs mit na ich nenne ihn günther und weiterbraten so super perfekt aber kommt schon sammeln wir stöcker 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 wir sammeln stöcker ich würde es richtig cool finden wenn man auch noch andere kassetten finden würde damit man hier ein bisschen mehr vielseit hat aber an sich ist die musik gar nicht mehr so schlecht wir haben ein paar leute die bei unserer strandparty mitmachen wollen können wir gleich mal einladen aber ich würde vorher liebend gerne das ding noch fertig bauen mit ein paar stöckerchen die wir nicht haben aber jetzt haben wir genug hey leute party ist hier drüben ich habe hier auch feuer ja ja komm mal rüber hier günther wartet schon auf dich komm mal her hier hinten hier hinten haben wir einen stein oder so kann man eine möbel werfen ich brauche irgendwas zum werfen nach die wollen bestimmt nichts steine mit dem stock komm mit dem stock gib mir einen stock jetzt ach wir haben einen stock schon super moin jungs was geht ab habt ihr barbecue oder so ich hab ich kann euch anbieten gebratenen günther das ist alles kaputt gemacht und dafür gibt es jetzt auf die schnauze das lasse ich nicht das lasse ich mir nicht bieten das lässt ich mir so nicht bieten das könnte das könnt ihr nicht mit mir machen das ist es ist unglaublich ey ey freundchen du willst kämpfen komm her stell dich an hengsten wie ein mann ich schlag dich so er ist down willst du auch noch ne willst du auch noch weißt du was ich jetzt mit deinem freund mach weißt du was ich du willst ihn essen ey ne 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 ich hab hunger hallo bleib mal schön hier bleib mal schön hier freundchen ja denn er oh er lebt noch ach du scheiße was zum er lebt wieder der steht einfach wieder auf ich glaub das nicht ja jetzt das ist nicht so prickelnd denn ich habe wenig leben und hoffe das generiert sich irgendwie haben wir nicht medikett oder so müssen die echt irgendwie loswerden ah ja jetzt perfekt und wir brauchen unbedingt amor aber ich würde den echt gerne loswerden aber wir müssen noch günther grüllen hey geh von meiner party du gorilla nein nein oh Gott oh Gott ein Hit noch und wir sind am Arsch ein Hit noch und wir sind am Arsch ach du heilige geh mal weg oh mein Gott oh nein 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 ey was soll ich denn machen was soll ich denn machen ach du heilige nein 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 nicht jetzt nicht jetzt nein oh mein Gott ähm ja ich weiß nicht ob ich schon erzählt habe was passiert wenn man einmal ich glaube ich habe schon erzählt wenn man einmal verreckt genau man landet in deren Höhle das ist gut das gefällt mir gibt es ja was zu essen ähm wir peppen uns mal eben ein wenig auf nehmen wir noch einen Snack ähm ja ich habe bis jetzt nur schlechte Erfahrungen gemacht in diesen Höhlen aber hier liegt ein bisschen Geld rum ein paar Items ich weiß nur man kann hier auch eine Flairgun finden die würde ich echt gern mitnehmen wenn wir schon mal hier sind und das Licht nicht an dauernd ausgehen würde lasst mich mal hier du hallo oh mein Gott kann man sich ducken danke was was ist das sagt los ich bin ja verpackt kann aber wo die angehen ach komm Leute das ist ja die Höhle des Todes hier ah ja perfekt zu tun zum bücken bin ich wahrscheinlich da hinten ist ein Licht oder leuchten die ich will es ehrlich gesagt nicht herausfinden oh la 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 ja ähm ich weiß nicht aber das kann gut sein dass das unsere Passagiere waren beim Flugzeug und wir springen mal eben runter so super cool und ja in dieser Höhle gibt es äh auch noch mehr als Leichen nämlich Tische genau ach lecker Essen ach was wir haben jetzt ja wir haben die bessere Axt das ist ja perfekt jawohl perfekto und es wird kalt das ist nicht gut ähm ich schlage vor wir verschwinden hier schnellstmöglich sofern ich den Ausgang mal finde ja was liegt hier schönes ne Lampe ja es gibt ich glaube zwei oder drei verschiedene Abteilen was Abteile in dieser Höhle und in einem sind halt die netten Partygäste die uns die Party versaut haben äh ja und in einer anderen ist ein nettes Munsterchen was ich aber nicht zu Gesicht bekommen möchte ich möchte ja liebend gerne einfach raus ich möchte wieder zu meiner Hütte die auch hoffentlich irgendwo angezeigt wird oh mein Gott was ist denn das für eine Höhle hier das kann aber nicht angehen ooooh guck mal alles mit was hier liegt ey das ist aber alles neu für mich muss ich sagen hallo ich oh komm 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 keine Zeit zu verlieren wir müssen hier raus ich bleib hier an jeder zweiten Stelle hängen das kann doch nicht sein oh ja komm 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 was ist das die Flairgarn ne das ist ein Koffer kann man die kaputt machen natürlich nicht ich höre hier irgendwelche Geräusche oh man ich will doch nur hier raus aber nach unten hin wird es nicht besser was ist das hier schönes oh mein Gott kommen wir von da nicht oh wir sind so am Arsch wir sind so am Arsch das ist die Höhle des Todes kommt man hier hoch nein natürlich nicht ja dann bleibt es sich an nichts anderes übrig äh als hier runter zu gehen und zu hoffen dass hier irgendwas nützliches liegt was wir benutzen können um hier rauszukommen oh nein oh nein ja dann laufen wir einfach mal straight ins nichts weil alles dunkel ist ach du scheiße oh nein oh nein oh nein nicht am zweiten Tag nicht am zweiten Tag nicht am zweiten Tag nicht am ich bin tot nein ich leb noch komm 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 nimm mit nimm mit nimm mit nimm alles mit was hier liegt lauf da um das Licht da 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 bin ich hin lass mich zum Licht lauf 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 bitte bitte Ausgang bitte 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 oh mein Gott komm komm schon lauf einfach hier wann sind das Eier das sind Steine okay das wäre witzig wenn auch Dinosaurier kommen dann wäre ich mit meinem Latein komplett ab hallo guck mal wir sind schon so abgemagert weil wir nichts zu essen haben hier und du kommst trotzdem nicht durch diese scheiß Lücke hier oder was ist das dein Ernst danke komm so was ich will jetzt nicht wissen was jetzt noch für ne für ein Bullshit kommt hier muss ich jetzt echt oh mein Gott das ist ja also so habe ich die Höhle echt nicht in Erinnerung wir sind oh mein Gott wir sind noch lange nicht draußen oder was da hinten sehe ich nur was ist das oh nein ist das abgesperrt ist das der Ausgang können wir das nehmen können wir uns hier rausschlagen komm bitte macht es kaputt bitte ja komm jawoll jawoll wir haben es geschafft wir haben es geschafft wir sind draußen ja ja Luft Licht es ist hell guck mal die haben es auch geschafft zumindest ein Teil von denen hallo du hast ne Uhr cool danke hallo oha du bist offiziell kastriert so dann latschen wir jetzt mal schnell wieder zu unserer Hütte und anstatt jetzt groß weiter zu bauen baue ich erstmal fein auf damit wir die blöden kann man das essen locker wenn nicht denn habe ich jetzt ein Problem oh wir sind ja fast tot stimmt wir brauchen Amor Amor Amors Pfeil komm wir haben noch Medis jawoll so nein Getränke haben wir auch nicht wir haben Walkie Talkie warte haben wir das unten gefunden Major Major hallo hallo geht nicht dann müssen wir wohl wieder Musik anmachen jawoll jawoll oh cool das ist geil richtig viele Sachen hier gefunden haben wir alles mit essen trinken Tennisbälle ein Tennisball habe ich vorhin gebraucht lauf in meiner Nase lang eine schöne Kröne geh mir aus dem Weg oh yeah oh yeah juhu 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 wir sind wieder da nice das freut mich und weil ich finde dass es gerade passendes Ende ist sage ich hier machen wir Cut ich bedanke mich fürs Zuschauen wenn es euch gefallen hat dann lasst mir noch ein Bäumchen da und auf Wiedersehen